Jujut Gott Liebst du oder stirbst du oder fährst du oder Lädst du mich ein? Mach ich, hab ich mein Getränk Na da Ich lade dich ein Ja Ich kann nur sagen, vergießt 16 zu 9 21 zu 9 Das ist geil Ich hab schon gesehen 9er Wie du bist Ich bin schon fast fertig 9er 10er noch 6er brauche ich auch noch Dann werde ich dich wieder quälen müssen Jetzt kommst du auch so spät Wochenende gibt es 3-fach Erfahrung Ich hab meine ganzen Pakete auspacken müssen Ich hatte heute meinen ersten Tag Urlaub Fuck ja Wirklich bist du im Urlaub? Oh gratuliere Keinen Bock mehr gehabt Ja gut, schon Bescheid kriege ich Ich wollte eigentlich die ganze Woche schon weg sein Aber Ja ich weiß Okay Nachdem der Killian immer aufdringlicher wurde Echt Du, ich bin Befehl du Ah Was bin ich? Ich bin Stock Was fährst du eigentlich? Ah ok 9, Team 54 E1 Stand Mit der richtigen Kanone Ja ich hab nicht einmal noch Habe drauf Gefehl Was? Ja ich möchte mal anschauen beim T960 noch fertig machen Bis zum 4. Skill Was? Ich fahr hier gleich durch erstmal Bevor mich der TN-70 scoutet Wird mich wahrscheinlich scouten Gar nicht anhalten, gar nicht anhalten Durchfahren, durchfahren, durchfahren Hinten rum Guck 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 Jetzt können mich um dich kommen Dich und mich Ne, ne, ja, die haben den da drüben Ah, die Kanone sind Bits. Sind schon zwei da. Worum fahre ich da eigentlich daher? Was mache ich hier? Und ich werde penetriert. Oh mein Gott. Fuck you. Wo bin ich hier überhaupt? Ich bin ziemlich unbrauchbar und sinnlos hier. Nee, 6-Node. Der ging nicht durch. Fuck nochmal, er kommt natürlich bei mir durch, klar. Weil ich ihn auch nicht ziehen konnte auf ihn. Ich habe eine bessere Reload-Time als er. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Hm, denkst du dir E-F-70? Der hat es nur auf mich abgesehen. Wie kommt denn der an mich ran? Das gibt es doch nicht. Komm, jetzt reicht es aber. Was hier weg, ich muss hier weg. Unbedingt. Und so. Oh, ich habe nicht einen Scheiß. Scheiß. Keinen sechsten Sinn. Nichts. Wir haben ihn auf. Vergang, fallet euch ihre Panzer um! Der ging voll durch ihre Panzer rum. Fuck. Und der Reload-Time-Fan? Fuck. Wirkungstreffer! Richtig, ja. Ich habe das Habel verloren. Haha, der ging voll durch ihre Panzer rum. Mein, hängen wir nichts auf der Pelle. Okay, der VK-4502A vor mir. Der blau noch dazu. Der ist nicht lastig. Ich fahr mal hinter und hol den STA-1 raus. Was hat denn der noch? Ich bin recht hoch. Der hat bloß noch 45. Wir haben noch ein anderes Problem mit einem A-44 hier. Ich bin recht hoch. 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 Und... Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Drolls 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 Wir gehen nicht durch! Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Kette beschädigt! Abpraller! So, jetzt bin ich hier ein bisschen im Arsch, wenn ihr nicht korbcappen geht. Wir sind alle schon längst tot da drüben. Vielleicht ist das noch so ein bisschen... Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Naja, gemacht. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Vormittil! Du die 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 die... Ne, stimmt, der hat recht! der wt der schießt uns alle runter wenn die wenn die nicht warten von der anderen seite kommen eigentlich ja der schießt euch wirklich alle locker das ist jetzt alle one shots ich habe getippt jetzt noch randvoll ja ich sollte ja eigentlich das eisfeld gehen ich glaube dass wir es drogen sein weil die iso ist langsam oder ja das ist auch eine möglichkeit ja gut er gewinnt es nicht ich muss gar aussteigen ja das gibt sich auch hier der ist ganz schön schnell ich habe wahrscheinlich nicht gedacht dass der so zack hier unterwegs ist ja aber dumm fand ich mir eigentlich naja war seine chance zu überleben also und noch ein paar loser points zu farmen naja das spiel doch gewinnen kann ne gewinnen nicht na sicher ne er hätte sich gut verkaufen können ja das sind alle one shots für ihn ja aber er hat nur vier magazine im pat.. äh vier patronen im magazin und dann ist er 60 sekunden absolut wehrlos naja ich hätte euch mal heuer gemacht ja hat er nicht alles ist gut alles ist gut so ähm quäle ich dich jetzt mit 6ern mit 7ern mir ist das egal 6er auf jetzt ist alles in Ordnung ja hab ich 6er ding ich muss noch mal ne Stuck spielen das ist ein 5er fuck hm 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 ich weiß nicht die Map die mag ich nicht ich geh links rauf ich geh links rauf ich auch dort stehen da oben bei diesen Sandhaufen hm 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 keine arti ok ich habe eine chance zu leben eine reelle also deine videos und die artis so so rechts in der mitte wohl schaffen schon Ah, ein Scout kommt, Achtung! Wo? Na, von uns einer Scout, der MT-25 Was ist das für eine Nationalität? Den hab ich überhaupt nicht gesehen. Ein Russe! Da rechts! Ich bin hier ran! Shit! Ich bin tot! Man, der hat mir den Motor weggeschossen, das ist nicht lustig! Kein MET-Kit dabei, das? Doch, aber ich hab nicht so schnell drüber. Jetzt bin ich hier oben ganz alleine! Ganz klasse! Das wird wieder super! Das wird wieder ein ganz klasse Spiel! Na, hier kannst du dich finden! Ja, unterwegs! Rechts die IS-3! Da war mir ne Hellcat! Die hat mich schon gespottet! Vollgas runter! Scheiße, Vollgas runter! So in die Seite geschossen? Ja, von wegen! Ich bin tot! Weiß es nur noch nicht! Also ich weiß es schon, aber meine Teamkollegen wissen... Weg, weg, weg! Nein, nicht schlippen! Der Chirin hier! Wir sind erledigt! Das kannst du vergessen! Das kannst du vergessen! Beide null Punkte gemacht! Sehr schön! Ich mein, wenn das ganze Team auf eine Flanke fährt... Das nächste Mal fahr ich einfach mit! Leck mich! Gerlich! So, 7er! Das war einfach unglücklich! Achso, 7er kann ich nicht! Ich mein, einen T71V kriegst du... Das geht nicht, gell? Zehner! Was? Aber wir können die... Also ich hab die Hellcat jetzt auch nicht! Zehner? Zehner ist okay! Warte mal, soll ich den fahren? Ist das überhaupt das kriegt der Experience? Ja, das bringt's! Ich muss ihn fahren! Ich brauch noch 30.000 Erfahrungen für den nächste Garm! Aber ich sollte zumindest Hardware drauf machen! Ja, unbedingt! Es ist das Mindeste! Es fällt mir jedes Mal ein, wenn ich drauf geklickt hab! So, mein Leo! Ist eigentlich recht gut auskürzt! Ich fahr mal in die Mitte! Also auf dem Bachweg da! Und scoute da mal! Mit der Option sofort wieder umzudrehen! Ich stelle mich hier in das Eck, glaub ich! Alles klar, mach das! Und hilf mir! Genau! An welches Eck? An welches Eck? Ich fahr in den Bachweg! Also auf die... F4-5er Linie da oben! Bach ist gut! Ah, ähm! Hüstenstraße! Hüstenstraße! Aber ich hab kein Fernrohr dabei! Weil ich grepp! Ja, aber ich kann dir nicht wirklich viel helfen da! Ich mein, dort wo ich jetzt stehen bleib, nicht hier! Da hätte ich rüberfahren müssen! Aber da fahren genug rüber! Du hast, glaub ich, gute Unterstützung! Ja, ich mein, ich hab nichts! Kein Sechsen-Sinn! Ah, nichts! Oh, schnudel Bachdreger! Angesichtet! Wirkungstreffer! Hast du gesehen worden? Mhm! Er bleibt weg von mir! Jetzt geht's ja alle wieder, oder wie? Kommt euch wieder! Ja! Der Leopard kommt zu dir! Ähm! Welcher Leopard? Äh, der Jagdpanzer! Der E-100 Jagdpanzer! Der E-100 Jagdpanzer! Ja! Der E-100 Jagdpanzer! Der E-100 Jagdpanzer! Der E-100 Jagdpanzer! Ich spiel zwei Drittel des Tages ohne Sechsten Sinn! Geht schon! Echt? Ja! Das sind die ganzen Panzer, die ich spiel, damit sie endlich wieder Sechsten Sinn haben! Ja, das ist schon ein Fetisch! Was? Das ist schon ein Fetisch, sag ich! Boah! Mit dem Jagdpanzer werde ich mich nicht anlegen! Keine Chance! Das kannst du komplett klicken! Boah! Ich bin getroffen! Das gibt's gar nicht! Auf die Distanz! Das ist mit dem Schuss! Kapp'n die Säcke hier, oder was? Das macht ihr schon! Irgendwie? Wo sind unsere Häbischen? Was ist denn hier? Sind die alle tot, oder was? Ja, schau fast so raus! Ich reloade! Ich reloade! Ja, 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 ja! Waffenträger für jeden! Oh man, ich reload ewig! Mit dem Waffenträger da oben brauche ich mich echt nicht! Vorsicht, fahren wir vorbei! Bits? Entschuldigung! Ja, fuck noch weiter! Ja, sag mal! Vorbei ist was anderes! Vorbei ist was anderes! Vorbei ist was anderes! Nein, nicht schon wieder voll ablosen hier! Oh mein Gott! Volle Kalle! Volle Kalle! Oh mein Gott! Kacke ich hier jetzt ab! Alle fahren weg! Sogar die Arte fahren weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Spiele! Nichts! Naja, vielleicht kriege ich noch ein, zwei Schüsse da rein! Der ging nicht durch! Ah, fuck! Nochmal! Sie kann jeden Moment reißen! Unser Munitionslager wurde getroffen! Ja, sie reparieren tue ich jetzt nichts mehr! Das lohnt sich echt nicht! Das lohnt sich wirklich nicht! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Wohl doch! Die Garn ist ein Witz! Der ging nicht durch! Also ich finde verdammte Penetration mit der nichts! Ich verstehe nicht wie die sowas machen können überhaupt! Der ging voll durch ihre Panzerung! Voll! Irgendwohin habe ich geschossen! Der ging voll durch ihre Panzerung! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Und jetzt wird 30 Sekunden nachgeladen! Wirkungstreffer! Oh man! Ich bin gesehen worden! Ja, ich bin gesehen worden! Fuck! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Jetzt kann ich scouten! Das war's für uns! Raus hier! Bist du tot? Ich bin tot! Oh man! Ich bin tot! Ja, ich komme nirgends so durch! Vollkommen sinnlos! Ja ja! Da wischt mich die Arte tatsächlich auch noch! Das gibt wohl nicht! Gott! Wer's bringt nichts! Oh, der Jagdtiger! Schwer angeschlagen! Aha! Kaputter Motor! Kaputtes Munitionslager! Lecken! Oh mein Gott! Ich bin jetzt zum Sterben! Wenigstens mach das! Kennst du von Quickie Baby die Good Souls? Was? Diese Videos wo er zeigt, wo andere Leute andere Tanks beschützen! Good guy! Good guy! Good Souls! Oh! Boy! Er hat's probiert! So, wo stehe ich denn mit dem Leo und Timos Wetter? Ja ja! Zweiter Stelle! Ja! Ja! Wenn du im 9er Panzer auch nur 757 Schaden machst, die! Ey, aber da findest du die Stock Gun nicht! Das ist nicht schlecht! Stock Gun! Kein Gerät drauf! Scheiß Mannschaft! Ich hab ne 65% Mannschaft da oben! Also nochmal! Was? 65%! Warum ne 65%? Wie geht denn des? Ja, ich war billig! Ich wollte nicht Geld ausgeben! Du bist doch nicht ganz sauber, oder? Das kannst du ja nicht machen mit dem 9er! Naja! Ui! Warte mal, warte mal, warte mal! Noch mal 9er, okay! Ich kann den Camouflagen jetzt nicht draufgeben! Ne! Nein! Mach nur Rammer! Das hab ich! Mach einen Rammer rein! Zum Nachladen! Ich kann mir keine Rammer leisten! Ich kann mir keine Rammer leisten! Ich glaub ich will nicht mit dir 10er spielen, weil dann verlieren wir wieder! Den musst du wohl alleine spielen! Es gibt keine Rammer, ich hab nur einen Enhanced Gun Lane Drive! Okay! Na gut! Hau rein, komm! Hau rein! Ja! Ja! Achso! Ich glaub deswegen mach ich sowas nicht! Das frustriert würde mich zu sehr frustrieren! Jetzt hab ich bei Stufe 8 aufgehört! Da hatte ich den Ferdinand! Ja, aber was hätt ich machen sollen? Warten bis du's Geld hast? So! Ich fahre rechts rum! Ne! Doch! Rechts vorne auf die A123 Linie! Okay! Ich denk mal, da wird die Batchein auch hilfreich! Die neben dir steht! Legen wir los! Schaut's aus! Mhm! Auf die häng ich mich mal dran! Das ist ein grüner Spieler! Noch ein grüner Spieler! Ah nein, ich bin gelb, geil! Du bist gelb! Auf die ist Verlass sehr wahrscheinlich! Ah fuck! Jetzt hast du mir den Weg abgestimmt! Ich dir? Ne, ne! Ne, ne, ne! Wie ist die überhaupt? Eben! Runter geht's schon! Fucking fuck! Jetzt hab ich mich an die falsche Batche dran gehängt! Shit! Für die gelbe bin ich ja gar nicht! Der hat auch einen scheiß negativen Richtwinkel! Oh shit! Was bin ich eigentlich? Ich bin ein Medium, ja? Was bin ich eigentlich? Ich bin ein Medium, ja? Hm, du bist ein Medium! Jawohl, ich bin ein TD! Da geht gar nichts! Nichts geht da! Keine Art hier! Juhu! Oh, ich hab noch eine Schäme! Warum hilft mir hier keiner? Warum zieh ich nicht ein? Du bist weit vorne! Und geht durch Zufu! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Das war's für uns! Ah, Mann! War ich wieder zu weit vorne! Hm! So, für mich ist es Zeit eine Rauchpause zu machen, um mich ein wenig zu ent... ...regen! Pfff! Ich he 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 he! Also spielt man das mal, dass man sich ja abregt! Hm! Ja! Und äh, bis gleich! Bis gleich! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.